Hi, heute machen wir einen Geocache, der heißt MyFairLady und der Geocache besteht aus mehreren Teilen. Zum einen hier der Cache-Behälter, der sich so öffnet ist und da ist aber noch ein Schloss dran und da muss ich die Kombination für rausbekommen. Und um das zu schaffen, steht im Listing eine Telefonnummer und die rufe ich jetzt mal an. Und ich glaube, da passiert ja mit der Lady was hin. Mal schauen. So, die Lady kann nämlich ihren Arm heben und senken und da steht dann auf dem Bauch die Nummer für die Kombination hier. Werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, das ist geheim, aber damit kriege ich das auf. Also Kombination erfahren, verrate ich natürlich nicht. Logbuch, so ein kleiner Travel Bug, wo will der hin? Süß nach Schwerin, da komme ich jetzt nicht hin. Und es soll auch noch einen LabCache geben, leider hat der Laden jetzt zu. Deswegen kann ich den jetzt nicht machen. Aber sehr empfehlenswert, sehr cooler Cache. Und ja, unbedingt machen.